Wir ganz klar, oben in einem Stammland, wo der alte Schloss umsteht, da sind wir zu Haus. Ein Platz, wo wir hier nicht gehen, oben in einem Stammhaus, da sind wir in einem Alles hier, wo bleibt unser Alles hier. Wir haben in Düsseldorf die längste Ticke der Welt, da sind wir in einem Alles hier, wo bleibt unser Alles hier. Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Ja, sind wir in einem Alles hier, wo bleibt unser Alles hier. Wir haben in Düsseldorf die längste Ticke der Welt, da sind wir in einem Alles hier, wo bleibt unser Alles hier. Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Das klingt hervorragend, das ist der schönste Chor, den ich mir vorschein kann. Herzlich willkommen, die G-Fans! Ja, nach drei Spielen, sechs Punkte, elf Tore, Tabellenplatz sechs, das hätten wohl nur die wenigsten unserem Team zugetraut und heute sollen die nächsten Punkte kommen. Ja, genau, so auch sind wir unbeschlagen und so machen wir auch weiter, oder? Und ich würde sagen, das lassen wir uns mal richtig schön hier oben auf den Würfel einstiften. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!